Also Kindchen, du kannst doch nicht die Hortensie wieder oben von den Blüten ausgießen. Du musst sie von den Wurzeln gießen, von den Wurzeln. Also was unverschämt ist, hab ich noch nie gesehen. Wie kann man nur so unverschämt zu Blumen? Ich brauche keine Hilfe. Ich komme selbst schon klar. Mich nervt jede Silbe. Ohne allen Tipps, die es jemals gab. Könntest du mal bitte damit aufhören? Wir brauchen keine blöden Tricks. Alles stimmt, das kann ich schwören und deshalb sag jetzt nichts. Der Lehrer, die Oma, der Bruder, der Freund. Oh mein Gott! Könnt ihr mich mal lassen? Es ist ja nicht zu fassen. Ich brauche meine Ruhe, 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 Ruhe. Oh Mann! Wir wollen alle helfen. Das geht mir auf die Nerven. Ich brauche meine Ruhe, 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 Ruhe. Ruhe, 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 Ruhe. Ruhe, 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 Ruhe. Ruhe, 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 Ruhe. Schaff's doch einfach. Ich brauche keinen Tipp. Wie sieht's hier denn aus? Ich habe einen Tipp für euch. Tipp! Oh mein Gott, das sind so schöne Kleider. Ey, steht mir das? Oh mein Gott, aber richtig. Oh, hallo, du Bit-Horn-Tasche. Die ist richtig schön, ne? Oh mein Gott, ja! Wie viel kostet die? Wie viel Taschengeld hast du? Ich glaube, hier geht es besser. Telefon klingelt, läuft fantastisch. Weiß ich Schuhe, treck ich gern, hab ich lieb. Wieder sitz ich rum in meiner Klasse. Keine Coca-Cola, aber Pepsi. Habibi, Habibi. Fahrer, Fahrer, hätte lieber eine Porsche. Habibi, Habibi. Oh Baby, Baby, hätte gern ein volles Konto. Frage nach einer Kredit bei meiner Tante. Oh Baby, Baby, will mir kaufen, was ich möchte. Und wenn ich eines kann, dann ist das volle Kanne. Oh, ich plane, plane. Ein geiles Leben voller Sani, Sani. Oh Lalee, Lalee. Und wenn das klappt, verpülle ich mich nach Malle. Mann, ich hab voll Hunger. Ja, ich auch. Vielleicht haben wir noch Lasagne von gestern da. Die war so lecker. Och nee. Guck mal, deine Mutter hat was gekocht. Gut. Mutter, was gibt's denn? Auf und hört, heizbegehrt. Oh yeah, ist es leer. Sind allein auf der Couch, nur der Hund ist dabei. Wir haben Hunger. Netflix macht Hunger. Ich will Pizza, was willst du? Dein Scheiß, sieh mal zu. Du willst Eis, ich mag Eis. Besser wär ein Rindersteak. Wir haben Hunger. Netflix macht Hunger. Die Zeit vergeht wie eben nun, doch wir hören uns nicht zu. Schaut uns an, voll verhungert. Lieferan, nun mal gleich zu. Wir haben Hunger. Netflix macht Hunger. Letzte Chance hier zu Haus. Hol das Hundefutter raus. Scheißegal, wird schon gehen. Unser Hund wird das verstehen. Wir haben Hunger. Hundefutter ist doch lecker. Ja. Bis zum nächsten Mal.